Yo Leute, was geht's zu einer neuen Folge Minecraft Endergames. Neue Folge? Das ist die erste Folge mit dem lieben, nicht Bumsdoggy, das ist Marek, der kleine Fanboy in Bumsdoggy-Skin. Hallo, hallo. Genau. Oh, ich wurde erkannt. Von einem Typen, der eine Maske trägt. Der trägt eine Maske. Ich spiele übrigens jetzt heute mit dem Schinken-Kit, weil das Ding ist so ein bisschen overpowered und ja, wollte ich mal ausprobieren. Habe ich schon ein bisschen ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ein bisschen. Es ist halt ein ganz normales Kit, welches ein bisschen stärker ist als ein paar andere Kits. Ein kleines bisschen aber nur. Ein kleines bisschen. So, und das Ding ist halt jetzt, äh, ja, noch am Anfang von dem neuen. Warte mal, wie war es das gewesen? Ist das jetzt erst aufgepowert worden, oder? Ja, ja, das wurde erst geupdatet. Es wurde geupdatet, okay. Ich habe die Endergames-Dinger noch nicht so ganz raus. Das ist das älteste Kit, einer der ältesten. Und das war immer schwach, oder wie? Ja, ja, das war nur zum Essen da. Das war nur zum Essen da. Jo, das Kit war nur zum Essen da. Hast du schon erklärt, was das kann? Äh, jetzt war der Hukus-Pokus-Vidibus, habe ich noch erklärt. Das Schinken-Kit kann, wenn man das, äh, Dingsbums ist, dieses Schinkenteil hier, dann hat man ganz besondere Kräfte. Welche weiß ich jetzt gar nicht? Stärke? Ja, Stärke, Resistenz und Schnelligkeit. Äh, also genau, was ich in diesem Moment gegessen habe, habe ich nicht gemerkt. Und deswegen rege ich mich später auch darüber auf, dass ich halt überhaupt kein Hungergefühl habe. Was sich wiederum jetzt gerade eben erklärt hat, also wundert euch nicht, dass ich mich darüber aufrege. Sorry! Alles Mögliche und dann können wir die anderen Gegner wegbashen, aber nur solange wir Hunger haben. Das heißt, wir müssen uns taktisch, äh, vernehmen und ich hoffe, wir sterben jetzt nicht, äh, am Anfang, weil manchmal ist man sofort tot. Oh, oh, Känguru. Genau, okay, eine habe ich schon. Hab Hunger, hab Hunger, hab Hunger, hab Hunger, hab Hunger! Ah, Mann! Jetzt hab Hunger, du Scheißgut! Okay, so, ich habe zwei getötet. Hab Hunger! Jetzt hab Hunger, 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 Hunger! Jetzt haben wir doch Hunger! Alter. Langsam wird's brutal. Ich hab das bei dir. Bitte. Oh Gott, die streiten sich, die streiten sich, die streiten sich. Ich dachte, what? Wie heißt der, wie heißt der? Alter, hier ist gerade irgendwie, Alter, was geht? Okay, hab doch. Die hauen sich gerade alle zu breit da hinten. Oh, oh. Halt dich besser raus. Ähm, geht, Alter, wann hab ich denn mal Hunger, bitte? Hä? Hast du Hunger? Oh, ich bin weggeportet. Ich hab gern Zeithunger. Du hast die ganze Zeit Hunger? Ja, ich hab schon fünf getötet. Ich hab noch nicht einmal Hunger gehabt. Hast du wirklich das Schinken-Kit? Ich hab das Schinken-Kit. Lol. Warte, 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 warte. Die Showzeit ist beendet. Da, ich hab das Schinken-Kit. Ich hab auch ein Schinken in meinem Inventar. Aber ich hab keinen Hunger. Ich kann gleich schon nicht mehr sprinzen. Jetzt hab ich erst einmal Hunger bekommen. Alter. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh, ich wäre eben so tot gewesen. Da waren zwei Kängurus hinter mir. Nein. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Wüsst du das? Nein, das bist du. Nee, aber der will einen Abschluss machen. Ich hab zwei Herzen. Das Ding ist einfach so, du guckst die Leute an und die wissen schon, shit, der hätte einen Schinken gegessen. Das ist jetzt meiner. Okay, hab die. Ah, meine Nase, meine Nase. Meine Nase, meine Nase. Ah, das hat gerade so gekribbelt, Mann. Oh nein. Alter, ohne Witz, Leute. Das wird, also ist schon ein bisschen spannend, ne? Wird's jetzt besser? Ja, auf jeden Fall. 50 Blöcke. Ich hab Hunger. Ich hab jetzt einen guten Brustpanzer. Ich nicht, aber... So, ich hab jetzt einen guten Brustpanzer. Ich hab einen Bogen. Erfahrungspunkte. Wolken. Wir sind in England. Hier, hallo. Das bist du? Oh, Mann. Ja. Ich war so voll auf... Was? Gib mir denn das ab? Ich war so voll konzentriert gerade und auf einmal... Ah! Die kribbelt, Mann. Wurstler hat schon geportet. Ne. Ja, scheiße, jetzt hab ich jetzt mal mein Schinken gegessen. Jetzt bin ich ja wieder schnell die Speedy Gonz... Aua! Speedy Gonzales. Speedy vor allem. Musste ich mich töten. Speedy Gonzales. Hau ab. Ah, Mann, du juckst so eebelst. Das ist so... Ah! Also Leute, wer, äh, Points übrig hat in Endergames, auf jeden Fall, kauft euch jetzt noch das Schinken-Kid. Langes OP ist das einfach so groß. Langes OP ist, ja. Huch, ich war geportet. Oh nein, oh nein. Also wir teamen jetzt nicht im Direkten auf Endergames, es ist halt nur, weil wir jetzt gerade beide in Aufnahme sind. Und dass sonst ein bisschen doof wär. Genau, und ich popp' eh ein Herz. Oh mein Gott. Das ist ein scheiß Dings-Kid. Äh, das ist ein scheiß... Dia-Schwert. Okay, wir sind die Einzigen mit Ehemann noch. Hä? Es lebt noch eine? Ja, ja. Haben wir die ganze Zeit irgendwie geschlafen oder so? Also ich nicht. Ich hab ein paar gekillt. Habe ich auch einen gekillt? Einen habe ich gekillt. Einen einzigen habe ich gekillt. Das war der, der im Busch war. Was ist denn los? Mann, yo. Ich wollte so voll die Kill-Serie zeigen. So voll auf Berserker. Und auf einmal ist einfach nichts mehr hier. Was ist das denn? Ich hab mir jetzt so voll gerechnet mit voll geilen Action-Effekten und so Expositionen und bum 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 und es ist einfach gar nichts mehr da. Hä, wieso steht die... Das Problem ist das mega gut ausgerüstet. Aber wieso sind jetzt alle so schnell gestorben? Ey, das war voll lange. Das war voll lange? Nein, keine Ahnung. Das war doch nicht lange. Dass du dich aufhaben hast, vielleicht fünf Minuten, sechs Minuten. Im besten Falle. Ja, die haben halt alle getötet. Hä? Waren wir irgendwie nur die Hälfte der Leute? Wieso bist du jetzt näher dran an mir als der andere? Wird gereportet. Achso. Ah. Mann, oh. Das ist ja doof. Ey, ich dachte wirklich, das Ding würde jetzt ultra lange dauern und jetzt war es einfach irgendwie ein paar Minuten und dann war es. Das geht aber echt schnell. Ich konnte nicht mal... Ah, der Elias ist bei mir in der Nähe. Okay. Jetzt wird es spannend. Ich werde nicht sterben jetzt gegen den. Ey, du musst echt auffassen. Das ist ein Kankuruen, der hat full Iron und so. Was? Der hätte mich getötet, ja. Der hätte mich getötet, wenn ich... Oh, ich sehe. Junge, der hat dir... Der D-Diastiefel. Ich greife ihn einfach an. Weil ich Bock drauf habe. Oh, oh, ich kann auch zu dir kommen. Hm? Ah, oh, er rennt weg. Soll ich. Komm, das schaffst du. Nein, komm, 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 komm. Warten, nein, der hat nicht mehr viel Leben. Ah. Komm schon, hast du schon eingesetzt, das Schinkgit. Ja, und der ist abgehauen, der Typ. Oh, nee. Jetzt kommt er wieder. Ich komme jetzt zu euch. Komm, 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 komm. Einschlag noch, Mann. Jetzt macht er Bauspam? Ich komme nicht an ihn ran. Ach, tschau. Nein. Oh, mein Gott. Du hast gestorben. Ich bin gleich bei euch. 100 Blöcke noch. Ich hau ihn einfach zu Brei und der Typ will dann immer weg mit seinem blöden Kängurikid. Warte, ich komm, ich komm. Seid ihr da bei diesem Hohen? Jetzt, komm her, mein Freund. Ja, jetzt rennt er schon wieder. Nein, warte. Ja, ich bin da, ich bin da. Weg zu rennen. Oh, nee. Ja! Ja! Mann! Ich bin, Alter. Äh! Ich bin dann die ganze Zeit weggerannt. Ja! Oh, Mann. Alter, ich hab Pipi im Auge. Bin freudig. Äh, ohne Hilfe, ohne Hilfe hab ich ein blödes Känguru besiegt, welches eigentlich doppelt so gute Rüstung hatte wie ich. Alter, der Typ hat gesnickt, damit er in meinen Pfeil einkommt und den letzten Pfeil hab ich ihn dann aus Glück noch reingedrückt. Boah, Alter. Sonst wäre er abgehauen, Drucker. Alter, sind wir jetzt beide Schinken? Ja, das wird spannend. Schink gegen Schinken, Leute. Warte mal, dann bastel ich mir nochmal eine Full-Iron-Rüstung. Ja, hab ich auch. Die. So. Wir haben gebotet. So. Warte mal, was für eine Rüstung hast du jetzt? Äh. Äh, die Erschuhe. Die Erhose. Die Erschuhe. Eisenhose, Eisenhund. Äh. Was? Warum hab ich mir... Ich hab mir einfach doch mal eine Eisenrüstung gemacht. So. Was ist mir jetzt gegeben? Ja. Naja, weiße Hose. Äh. So viel Kram hier, ey. Was ist? Was ist los? Das ist echt übergefüllt. So. Ich hab jetzt also das gleiche Equipment wie du. Ne, außer dass du eine Hose hast, aber das ist egal. Aber ich muss kurz rechnen. Okay, alles klar. Ich verzisch nochmal kurz. Dann leere ich ganz kurz aus. Warum auch immer du was machen willst. Nein. Äh. Ich hab fünf Level gerade verbraten. Weil ich einfach spendabel bin und sage, yo, ich hab die Level, ich scheiß die Level, wie nichts gut ist. Nein, Spaß. Ähm. Im Übrigen, kann ich mal kurz an die Zuschauer sagen, wenn ihr mehr von diesen Endergames-Kids sehen wollt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und guckt auch bei, bei Marek vorbei. Denn, ähm, vielleicht mach ich öfters mit ihm so mal Kits und probier mal ein bisschen was aus. Mach ein bisschen Spannung rein. Äh, vielleicht mach ich auch ein paar Effekte mal rein. Schneid ein bisschen mehr. Das ist auch, wirkt wie so ein super-special-Irgendwas-Kampf. Äh, könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr das so wollt. Oder ob ihr doch eher Survival-Games sehen wollt oder sonstigen Kram. Würde mich freuen. Denn ich finde Endergames an sich, äh, macht momentan wie so ein bisschen mehr Spaß. Simon hat das ja ganz ja wieder so ein bisschen angeprangert. Hey, warte mal, ich hab'n Goldhelm. Kriegt da irgendwie Unterschied zu Eisen? Ja, aber das ist genauso wie Eisen. Wollen wir los? Betrau mir. Okay, dann, viel Glück. Warte mal, shit, ich hab' gegessen. Komm her. Ich hab' gegessen, halt, 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 halt. Halt! Ich hab' gegessen. Das zählt nicht. Weil ich eigentlich recken wollte. Ich wollte, ja, ich wollte recken und ich hüpfe jetzt einfach mal eine Runde. Doinkidoinkidoinkidoink. Weißt du, wieso brauch' ich eigentlich so lange, weil ich Hunger hab' und du nicht? Echt komisch. Oh, g'wai. Achso. Echt komisch. Echt komisch. Guck mal, ich kann hier, ich kann hier. Ich bin der Zerstörer Nummer eins. Warte, ich schlag dich mal, ich schlag dich mal. Verpiss dich. Nein, dann kriegst du Hunger. Nein, dann kriegst du Hunger. Nein, dann ist ja, ich bringe ja weg. E-e-e. Aus. Aus. Doch, nein. Also, ich kann nicht. Oh, ich hab' immer noch keinen Hunger. Hä? Junge, jetzt hab' ich Hunger. Ja, okay. Ja, okay. Drei, zwei, eins, go. Und... Action. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck bei Marek vorbei. Ansonsten... Äh... Was kann man noch so sagen? Ja. Das Schinken-Kit ist overpowered. Das Schinken-Kit ist cool! Okay. Wenn man's hat. Ja, uncool. Wenn man's hat. Wenn man's hat. Wenn man dagegen kämpfen muss, dann ist es scheiße. Aber wenn man's hat, dann ist es cool. Also, Leute. Ja. Haut rein, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.